Musik Ich will mal meinen, dass ein paar Zuschauer vielleicht in unserer Runde Henke sind, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich hab ne Shotgun, ich hab ne AK, Alter, die Map ist auch voll groß, ne? Die ist richtig riesig. Wenn der Schmarrn sinkt, schweigen die Tiere. Was ist das denn? Ich hab ne Steyr Aug gefunden. Ich glaub, die ist gar nicht so nice. Bei mir liegt noch ne Rüstung drin, kannst du die mitnehmen? Dann warte ich noch nie mit Stress auf. Die Waffe ist trash. 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 Du musst die Bandage nehmen. Ja, wo sind die denn? Auf Kuh mach ich das, ne? Ich hab dir hier nen Bodyshoot hingelegt. Hattest du das genommen? Ne. Okay. Alles klar. Ah, das warst du. Das warst du. What? Oh, ich dachte das war ein Gegner, weil jemand mit mir gesprochen hat. Töhn gemacht. Wer redet mit mir hier? Ich rede mit dir. Ja, aber wo bist du denn? Hallo? Ich bin im Nirgendwo. Und du kannst die ganze Zeit mit mir reden. Ich hab wegen dir Hanky getötet. Jupp. Ich bin im Hort. Scheiße, Hanky. Ha, 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 ha. Hanky dead shot, Kiki. Der Name darüber wurde mir nicht angezeigt. Ich guck so, ich seh so, ja. Das ist ein Gegner vor mir. Und dann, äh, äh. Dicker Hanky hatte alles. Und dann seh ich so, ja. Äh. Ist kein Name, muss ein Gegner sein. Bumm, Kopfschuss. Hanky, wie war deine Reaktion? Gut. Okay. Alles klar. Hanky, wie war deine Reaktion? Gut war die. Alles klar. Ist der down? Der ist low, der ist low. 20 HP. D- Hab ich? Ja, ist schon einer wieder. Hat er mir einfach direkt meine scheiß Weste weggeschossen, Mann? Ich muss den Helm auch anziehen, oh Granate Kommt mir das nur so vor oder sind die Gegner ein bisschen verswetet? Uff! Beste Leben Ist schon einiges bei mir in der Nähe Bei mir auch am Zaun Oh! Heee, Junge, du bist es! Oh oh, ja wen haben wir denn da? Oh! Ohohohoho! Der einzige der besseres Aim hat als Hanky bin ich Zehner! Big Fight! Nein! Der legt sich hin! Was? Habe ich hinter uns Hanky Die Ärsche Du brauchst den Helm, du brauchst den Helm Guck dir das an, was machen die mit uns? Der ist drin, der hat 50 Leben Links hinter der Wand ist er gewesen Digga, also sorry Digga, er ist auch einfach der beste Spieler der Welt Er ist hier! Machst du nichts? Stark! Fuck! Der bricht, ey! Oh! Da kommt was! Die sind scheiß auf alles einfach hinterher, Mann! Okay, alles klar! Bitte aussteigen! Bitte steigen Sie aus! Bitte steigen Sie aus! Schöne Landung haben wir wieder parat! Die auch, ich auch, ich auch! Ach, ich bin sogar beim falschen Ausguck, Mann! Bruder, bitte lande doch einmal normal in dem Spiel! Das ist doch nicht so schwer, Mann! Ich hau gleich was kaputt! Ich hau gleich wieder was kaputt! Rüdiger! Keine Kapriolen! Und das geht rein! Ja komm! 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 Ich bin ganz klar, ne? Ich bin ganz klar! Ich bin so sauer, 예? Ich bin so sauer, Henke! Ich bin so sauer! Ich bin so sauer! Oh mein Gott, mein Gott! Der Beste. Er ist einfach der Beste. Macht auf. Das ist Stressabbau. Das ist Stressabbau.